Komplett hinein wäre ziemlich gut, dass die von Aachen natürlich die Augustiner wollen, die die Bombe runter bekommen, deshalb wären sie drauf, jetzt müssen wir die Zahlen, da muss man das kleine Device reinschieben, aber da wird ein Protox netten, den wir aber auch mal jetzt geben. Es ist die Zeit für Juri, den Spade on zu machen, aber ne, willst du hört, der klaut sich die Kills, mittlerweile sind wir zu weit, die Runde ist verloren, so, Punkt aus, du hast das Match jetzt hier in der Sekunde abgegeben, ja, okay, Ruhm und Ehre kann man sich retten, I guess, wenn wir dafür gehen, dann ist es soweit. Er wird ihn nicht kriegen, er wird ihn nicht kriegen. Ja, aber er steht am Bomblend, oder so, Protox beendet das Ganze, 13 zu 10, der Push durch, haben ein paar Smokes im Weg, aber kommen dann gut weg, wir tun jetzt hier am Start mit den Pistols, Headshots, einem nach dem anderen, Boxed in his vision, ja, Kills wären gar nicht mal so schlecht, aber es wäre auch schon das One-D-Time, was er jetzt hier machen müsste, dann kommt man für die Nacht schon, aber ich glaube, das wird er hier den einen, na, untersteh ich? Die Mewtwo hier auf der Seite von X noch richtig gut für den Retake, also, der Cluster sieht da ein bisschen schwach aus mit Mewtwo. Oh! Shot da noch, Bing, Ruhm mit dem Flick! Crossfire so halbwegs, ja, kein richtiges, aber so ein bisschen in der Mitte. Der Spell von Ronen macht das Ganze wieder zum 2 gegen 2, nein! Der pusht raus, oh, will den Feind aber auch dringend haben, gespottet, jetzt ist es nur noch für Runden. Er hat schon einige Runden geklatscht, das wäre noch mal eine, die wirklich das Ganze besiegeln würde. 1 in 1 gegen Andi, er sieht ein bisschen unsicher, wir sind jetzt die Pieken Runde, zieht rum und trifft den Shot! Ja, da sind einige USPs mit B-Stack unterwegs, aber die pieken nicht alle zusammen, das sind ein paar schöne Shots auf jeden Fall, die du dir landen kannst, aber der Schaden wird sich in Grenzen halten, auch selbst wenn der durchkommt. Selbst wenn der durchkommt und der kommt nicht durch. Wo ist denn die Klin, Andi? Es ist absolut wichtig, da steht einer, der dich so gut backstappen kann, ohne zu veraimen zwar kurz, aber kann beide Kills dann doch noch sichern. 30 sind es am Ende des Tages nicht.